Moin Leute, Explore wieder am Start und heute mal mit einem Woche 1 Auftrag und zwar dem einzigen. Ich etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe eines Außenposten der 7. Phase 1 werden wir natürlich sofort machen und da unten sehen wir es natürlich auch schon gleich dieser blaue kleine Punkt da. Da müssen wir jetzt einfach gleich landen und einfach durchlaufen. Ich mache das jetzt gerade hier bei diesem einen Außenposten der 7, weil das jetzt einfach für mich am einfachsten ist. Ihr könnt hier halt egal machen, wo ihr möchtet. Geht halt überall auf dieser Karte, auf jedem dieser Spots. Ich mache das halt einfach hier, weil es gerade bei mir in der nächsten Nähe war und auch am ruhigsten. Einmal hier durchlaufen, zack, haben wir es auch abgeschlossen. Und der zweite Auftrag ist Besuche Außenposten der 7 und das haben wir jetzt, da wir jetzt auch direkt bei einem dieser Außenposten der 7 sind, abgeschlossen. Also jetzt noch nicht abgeschlossen, ist aber schon einmal eins von dreien abgeschlossen. Und wenn ihr dann jetzt zu den anderen Außenposten geht, das werdet ihr ja sowieso im Verlauf irgendeines Matches machen, ist es auch nicht unbedingt wichtig, dass ihr direkt da drauf seid, sondern einfach hier in der Nähe sagen wir einfach mal grob jetzt hier. Ihr müsst jetzt nicht direkt da drauf sein. Das war es jetzt auch schon mit dem heutigen Video. Haut rein, bis zum nächsten Auftrag. Ciao. Ciao.